Nach einem langen und beschwerlichen Tag sind Gandalf und Pipi letzte Nacht im Bed & Breakfast Minas Tirith untergekommen und wollen sich nun verabschieden. Und dass wir Gras verticken. Auch nicht. Und sag ihm ja nicht, dass Frodo den einen Ring hat. Öffnet das Tor. Öffnet das Tor. Öffnet das Tor. Öffnet das Tor. Mein Herr, euch wünschen zu sprechen Sir Ian McKellen und Billy Boyd. Ist das richtig Billy Boyd? Das klingt wie ein Kondom. Nee, oder? Ah, verdammt, unsere Tarnung ist aufgeflogen. Hey, Gandalf. Sag schon, was war noch mal das letzte? Irgendwas mit dem Ring oder so? Ruhe jetzt! Och, Schiet, was macht das noch? Ich soll ihm nicht sagen, dass... Guten Morgen, Denator. Das Frühstück war erstes Ahnen. Wir würden jetzt gerne auschecken. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Frodo hat nicht den einen Ring. Wirst du Gras kaufen? Äh. Wenn ihr noch mehr geilen Scheiß sehen wollt, dann klickt doch auf eins dieser Fenster hier. Ha, 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 ich bin ein Computer. Ha, ha, ha. Da, 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 da Bis zum nächsten Mal.